Liebe Schach-Community, in diesem Video schaue ich mal wieder nach London zum London Chess Classic. Ich hatte vom Auftakt berichtet mit Gukesh, der dieses Turnier gewinnen muss, alleine der Erster werden muss, um weiterhin gute Chancen zu haben, sich für das Kandidatenturnier zu qualifizieren. Vier von neun Runden sind gespielt und wir schauen auf eine Partie aus der vierten Runde. Gerade jetzt, in dem Moment, wo ich das Video aufnehme, läuft die fünfte Runde, aber wir schauen auf die vierte Runde. Da hat Gukesh gespielt gegen den französischen Großmeister Jules Moussac. Moussac, Nummer 109 der Weltrangliste mit dieser Elo-Zahl, Gukesh aktuell die Nummer 28 der Welt. Hat aber gute Chancen, sich über den Fidel Circuit für das Kandidatenturnier zu qualifizieren. Ja, im Moment natürlich eine ganz große Diskussion, wer sich noch für das Kandidatenturnier qualifizieren kann. Es gibt ein Turnier in Indien vom 15. bis 21. Dezember. Das Teilnehmerfeld ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt noch keine offizielle Mitteilung, aber vermutlich wird dann ein Turnier stattfinden. Es wird auch viel spekuliert, ob Vincent Kaimanova spielen wird im Dezember. Aber wir schauen uns erstmal, ob hier Gukesh in London gewinnt. Und wir schauen uns jetzt diese Partie an. Gukesh beginnt hier mit E4. E5. Springer F3. Springer F6. Russische Verteidigung. Springer E5. D6. Springer F3. Springer E4. Springer C3. Eine der beiden Hauptvarianten hier. D4 ist der andere Zug. Aber Springer C3 wird auch häufig gespielt. Nimm-Nimm. Man nimmt mit dem D-Bauern, um dem Läufer Platz zu machen. Läufer E7. Läufer E3 hier. Ich hatte euch vor kurzem erst eine Partie gezeigt von Richard Rapport gegen Alireza Firuzca. Da setzte Rapport mit Läufer F4 fort. Das war eine wilde Partie beim Sinkfield Cup. Aber Läufer E3 ist traditionell der Hauptzug. Und die Idee ist natürlich Dame D2, lange Ruchhade. Kurze Ruchhade. Dame D2. Springer D7. Entwickelt den Springer. Lange Ruchhade. Springer F6. Der Springer wird hier nach F6 überführt, damit er den Königsflügel deckt. Das ist ein wichtiges Manöver. Es gibt natürlich viele, es gibt hier zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Diese Stellung hier wurde unter Top-Großmeistern sehr häufig gespielt und diskutiert. Wir haben heterogene Ruchhaden. Dadurch bekommt die Stellung natürlich ordentlich Würze. Und Weiß versucht sehr häufig gegen den Schwarzen König hier einen Angriff zu initiieren am Königsflügel. Läufer D3 erstmal. Entwicklung. Turm E8. Und jetzt kommt der erste sehr interessante Moment. Der Hauptzug ist hier Turm HE1. Das wurde schon häufig gespielt. Den Turm zentralisieren. Aber Gucke spielt hier den unscheinbaren Zug A3. Mir ist unklar, ob er hier irgendwas verwechselt hat. A3 wurde noch nie gespielt und mir ist auch nicht klar, was dieser Zug soll. So eine Art Abwartezug. Aber keine Ahnung, warum man diesen Zug macht. A3. Musar dachte jetzt zwölf Minuten nach und spielte D5. Ne, 23 Minuten. Sorry. 23 Minuten. D5. Ein guter Zug. Zentralisiert hier. Was ist zentralisiert? Besetzt das Zentrum mit einem Bauer. Turm HE1 bringt den Turm ins Zentrum. Und jetzt spielt Weiß im Prinzip die Hauptvariante mit den Zügen A3 und D5. Sollte man meinen, dass das eigentlich schwarz hilft und nicht weiß. Na gut. Läufer G4. Entwicklung des Läufers. H3. Sehr interessant. Läufer F3. G schlicht F3. So. Die Bauernstruktur von Weiß sieht fürchterlich aus. Zwei Doppelbauern. Hier ein schwacher Bauer auf H3. Aber sehr viel Dynamik in dieser Stellung. Die G-Linie öffnet sich und Weiß plant hier einen Angriff gegen den schwarzen König. Schwarz spielt hier Dame D7. Attackiert erstmal den Bauern H3. Den kann man einfach stehen lassen. Sagt Gukic und spielt Turm G1. Greift hier auf der G-Linie an. Moussac denkt 10 Minuten nach und nimmt jetzt tatsächlich diesen Bauern hier raus. Das ist sehr riskant. Aber nicht unspielbar. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten für Weiß den Angriff fortzusetzen mit Turm G3 zum Beispiel und Turm DG1. Das ist eine gefährliche Fortsetzung. Gukic wählt hier aber Läufer D4. Die Läufer sind sehr stark in dieser Stellung. Schauen natürlich in die in die schwarze Stellung hinein. Und es droht hier schon Turmschlicht G7, König G7, Dame G5 Schach und dann Turm G1 mit Mattangriff hier. Der F6 ist dann nicht genügend gedeckt und der König hätte große Probleme hier. Der einzige Zug hier, der Schwarz im Spiel hält und den findet Moussac, ist G6. Blockiert hier erstmal die G-Linie. Es geht weiter mit Dame F4, Angriff auf den F6, Angriff auf den C7. Beides kann Schwarz nicht verteidigen. Springer H5, Dame schlicht C7. Weiß hat seinen Bauern wieder. Und hier spielt Schwarz Dame schlicht F3. Und das ist ein dicker Fehler. Er verrechnet sich komplett. Was hätte er stattdessen machen sollen? Läufer F6 unbedingt, um hier den Läufer zu neutralisieren und vor allen Dingen hier aus dem Angriff wegzugehen. Ich zeige euch jetzt warum. Dame F3 ist ein recht dicker Fehler, muss ich sagen. Wegen Läufer B5. Das hat er komplett übersehen hier. Angriff auf den Turm. Und der Turm darf nicht weg, weil der Läufer auf E7 gedeckt bleiben muss. Er muss ja den Läufer decken. So, wie geht es weiter? Turm AC8. Das ist der einzige Weg hier, um Qualitätsverlust zu vermeiden. Dame B7, Turm B8. Jetzt muss die Dame auf die 6. Reihe, um den Läufer zu decken. Dame A6. Aber der Turm ist weiter angegriffen. Weiß hat auf dem Weg hier noch einen Bauern gewonnen. Gut, materiell ist es ausgeglichen. Aber der A7, der ist eigentlich auch weg. Sehr ungewöhnlich. Okay, es geht weiter mit Turm D8. Jetzt könnte Weiß hier König B1 spielen und dann auf A7 nehmen im nächsten. Und Stockfisch sagt, Weiß steht komplett auf Gewinn. Die Öffnung des Damenflügels bringt Schwarz überhaupt nichts. Ich kann hier mit A4 den Läufer auf B5 zementieren. Und die Läufer sind in dieser Stellung dem Läufer Springer gespannt. Komplett überlegen. Na gut, aber Gucke spielte Läufer E2 auch okay. Dame F4 Schach. Läufer E3, sorry. Dame E5 deckt den Springer hier. Und das ist auch eine ganz wichtige Stellung hier. Läufer H5 hier finde ich sehr gut. Dame H5, Dame A7 mit Tempo und Weiß gewinnt den Bauern. Na gut, es kam aber Dame A7 sofort. Er wollte noch nicht die Läufer geben. Springer F4. Läufer F3 ist gut. Okay. Läufer D6 geht aus diesem Angriff weg hier. Was würdet ihr hier spielen? Es gibt hier einen ziemlich simplen Zug, finde ich, mit dem Weiß riesigen Vorteil behält und so ein bisschen transformiert. Dame D4 hier. Weiß hat hier einen Bauernmeer und das Läuferpaar gegen Läufer Springer. Das heißt, jedes Endspiel ist hier klar gewonnen für Weiß. Wenn wir anfangen hier mit B4, A4, A5 unsere Bauern vorzuschieben, da kann Schwarz nur mit dem Freibauern auf der H-Linie nicht gegenhalten. Dame D4 greift F4, greift E5 an den Damentausch. Ich würde sofort hier die Damentausch anstreben. Schwarz kann nur Dame E5 spielen, wenn er nicht die Damen tauschen möchte. Dann kommt aber Läufer G4 und wir können nicht anders als die Damen zu tauschen hier. Das Beste, was Schwarz hier hat, ist Dame schlicht G4, Turm G4, Springer E2, König B1, Springer D4, Turm D4. Aber hier erhängt der D5. Läufer A3 habe ich noch mir angeschaut. Aber dann kommt B4, sperrt den Läufer ein. Es droht König A2 mit Gewinn des Läufers. König A2, König B3, Läufer kommt nicht raus. Und Turm schlicht D5 geht ja auch. Also mit riesigem Vorteil für weiß. Aber Gukesh, ich weiß nicht, ob er müde war, begeht hier einen unglaublichen Fehler. Für sein Niveau vor allen Dingen. Und er war nicht in tierischer Zeitnot hier. Er spielt hier Turm D2. Das ist für seine Spielstärke eigentlich ein sehr erstaunlicher Fehler. Sperrt den König hier ein. Ich bin mir auch nicht sicher, was Turm D2 soll. Wahrscheinlich hier das Feld E2 auch decken. Und jetzt kommt aber Läufer A3. Er vergisst komplett hier Kandidatenzüge zu berechnen. Und Schwarz steht plötzlich auf Gewinn. Warum? Dame A3 geht nicht wegen Turm A8. Das ist relativ einfach. Das ist matt. Oder die Dame ist weg. Oder weiß muss die Dame geben. Und was ist mit B schlicht A3? Dann kommt Dame schlicht C3. Der König kann nicht hier rauslaufen. Es droht Dame A1 matt. Und es gibt keine vernünftige Verteidigung gegen Dame A1. Und oder Turm C2 hier. Turm CB8 oder Turm C8. Was kann man hier machen? Ich habe Turm D1 kurz geprüft. Dann kommt Turm C2 und Turm C8 oder Turm B8. Und auf Läufer D4, was das matt verhindert, kommt Dame F3 einfach. Dann gewinnt Schwarz die Figur wieder. Es droht Springer E2 Schach. Und offensichtlich steht der Weiße König jetzt unglaublich schlecht hier. Und Schwarz gewinnt einfach. Und Schwarz hat noch einen Bauern mehr sogar bei dieser Variante. Nicht, dass der Bauer jetzt so entscheidend wäre, aber in dieser Stellung natürlich auch. Guckisch probierte hier Läufer... Ne, was macht der Guckisch nach? Er nahm gar nicht raus auf A3. Er dachte jetzt sechs Minuten nach. Er sah plötzlich. Uiuiui. Was habe ich hier angerichtet? Er spielte Turm D4. Aber das verliert noch einen Bauern. Läufer B2 Schach. Und der Rest ist für Moussard zu einfach. König D2. Springer E6. Greift den Turm an jetzt hier. Turm D3 zurück. Und jetzt gewinnen verschiedene Züge. Läufer schlägt C3. Spielte Schwarz. Auch wieder nicht besonders schwierig zu berechnen. Turm C3 und D4. Bauerngabel. Er bekommt direkt die Figur wieder. Deswegen war das keine besonders komplizierte Kombination. Der Bauer ist ja gedeckt. Turm D3. Schlagen auf E3. Schach. Dame schlicht E3. Schwarz ist jetzt auch nicht verpflichtet, die Damen zu tauschen. Spielt hier Turm D3. Cd3. Andere Züge helfen auch nicht. Dame E3 kommt Turm D8 zum Beispiel. Und ja gut, König D3. Muss man sich nicht wirklich anschauen. Cd3. Springer D4. Und hier gab Gukesh schon auf. Der Hauptgrund ist, Dame E5 scheitert an Springer F3. Hier gewinnt Schwarz eine Figur am Ende. Es gibt keine Züge mehr. Es droht Turm B2 hier. Schach zum Beispiel. Und Dame A5 ist in der Pipeline. Alles Mögliche. Ja, Turm B2 vor allen Dingen. Und dagegen kann Weiß nichts machen. Bofts. Was für ein... Was für eine Niederlage für Gukesh. Heftig. Da ist er einfach... Keine Ahnung, was da passiert ist. Dass er dann so einen Fehler begeht. Noch nicht mal einen großen Zeitnot mit Turm D2. Wir schauen kurz auf die Tabelle nach der vierten Runde. Wie gesagt, Gukesh muss ja das Turnier gewinnen. Alleiniger Erster werden, wenn er Anish Giri überholen möchte in der Circuit-Wertung des 4D-WM-Zyklus. Gut, die Chancen sind jetzt immer noch da. Wir haben vier Runden gespielt. Adams führt mit 3 aus 4. Niemand hat schon Remis gemacht in der fünften Runde. Hat 3 aus 5. Musar, Gukesh haben 2,5 aus 4. Und es sind natürlich noch fünf Runden zu spielen. Das kann alles noch passieren. Und gerade jetzt, wo ich das Video aufgenommen habe, läuft die fünfte Runde. Eine Partie schon Remis ausgegangen. Niemand gegen Tabata Bay. Ihr seht hier, wer sonst noch mitspielt. Das Turnier läuft bis zum 9. oder 10. Dezember. Eins von beiden habe ich jetzt vergessen. 7, 8, 9. Ich glaube bis 10. Sechster ist freier Tag. Ja, ich werde natürlich berichten. Schaut gerne wieder rein. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video.